Was hast du denn da für leckeres? Ich habe ja eine vegetarische Pizza. Die Pizza Vegetarier. Hab ich auch. Und das ist so ungerecht mit 6 Euro Pizza. Ja, probier mal. Das ist sehr lecker. Ein auf dem Ofen. Hat sie nicht geschnitten doch. Ja, das ist mir jetzt mal. Und? Sehr gut. Ja. Zeig mal. Sehr saftig. Ja. Sollen wir dich mal essen lassen? Okay, bis gleich. Wie gesagt, die Pizza schmeckt gut, ne? Von 1 bis 10. Wo 10 das Beste ist? Die sind 9 auf jeden Fall. Die 9? Die ist wirklich sehr saftig. Auch in den Gewürzen sehr gut. Und alles deutlich gemacht. Wir haben jetzt im Zahn zum Urlaub gewartet. Ja. Die haben die Frisch gemacht, frisch gebläht. Und der Teig ist auch immer noch nicht dunkel. Das ist richtig super. Aber wenn man sagen, doch, kann sie empfehlen. Okay, dann zeigen wir mal die Pizza. So. Da könnt ihr dann hingehen. Ja. Und das für 6 Euro. Sehr gut gelesen. Da hast du ja schon mit den. 6 Euro, ja. 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 Und direkt knapp 6. Sehr gut gelesen. Also ich würde den Europäen. Ich habe ja die gleiche. Ich würde auch eine 9 geben. Also die ist richtig lecker. Also schmeckt auch richtig das Gemüse alles raus. Ja. Ja. Und dann doch. Doch. Auch auf Helm. Die haben auch viele Herrenlegen. Ja ne. Wenn ihr in die meisten Shops immer reingeht, dann fiegt ihr ein, zwei Herrenlegen. Dann hast du da. Das stimmt Leute. Das stimmt. Also ich sage ja hier ist für alle was. Ja. Ich freue. Spitz. Auf jeden Fall. Jakob. Doch. Also ich kann es wirklich sagen, die haben Hammer Sachen hier. Textbuch und Familienlagen glaube ich. Können wir auch mal reingehen. Ich weiß es nicht. Da scheint so ein Kinderladen zu sein. Seht ihr, der hat den ganz großen Kinderladen. Der hier ist auch so groß. 104 bis was? Wir gehen mal rein. Das schwimmert haben wir noch nicht gefunden. Das ist so groß. Das ist so groß. Guck mal Triumph. Der ist so groß. Das ist so groß, ich übertreib auch nicht. Wir sind hier bestimmt schon seit dem halb halb waren wir hier. Und jetzt haben wir schon halb gehen. Wir sind immer noch nicht durch. Ja, Wahnsinn. Guck mal hier unten. Ja, da unten waren wir schon. Aber ich hätte sagen können, dass der Pet schon unten ist. Oh Freunde, das ist wahnsinnig groß. Wahnsinnig groß. Ich glaube, da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Wow. Ah, viel Schmuck, ne? Ganz viel, viel Schmuck. Wahnsinnig viel Schmuck. Wahnsinnig viel Schmuck. Das ist echt krass. Guck mal doch, Lars. Ist das für dich? Ja. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Hier haben wir einen Ballplatz. Der Sportcenter. Ja. Geil, oder? Mitten im Mäuse- und Sportcenter. Mäuse- und Sportcenter. Mäuse- und Sportcenter. Ja. Und irgendwo ist ja noch ein Kino, habe ich gehört. Ja, ich habe gehört. Ja, ich habe gehört. Und wenn man da lang geht, Leute, habe ich gehört, kommt man schon ein Schwimmbad. Ja. Ja. Also es hat tatsächlich noch eine Karte. Das Ding wird wirklich noch ein Schwimmbad. Ja, ein Schwimmbad ist Sport. Krass, ne? Ja. Kino. Alles hier oben. Ja. Stark. Wahnsinn. Die tausend Videos haben mir schon gefallen. Ja, wir verlassen wir vielleicht ganz viel hier mal. Wir haben schon abends. Ja. Wir gucken mal weiter. Keine Ahnung, wie lange wir hier jetzt waren. Ja, wir kämen uns dreimal verlaufen. Wir haben zweimal den Pet Shop gesucht. Ja. Das war das Kunde. Ja. Genau. Genau. Und wohin wir gehen, das verraten wir euch nicht, doch? Aber das seht ihr später. Ja. Vielleicht geht wieder Star Wars. Mhm. Irgendwann gehen wir uns da mal einen Kaffee holen. Irgendwann. Vielleicht könnt ihr uns ja von Star Wars irgendwas empfehlen, dass ihr sagt, boah, das müsst ihr da trinken. Star Wars von mir aus, dass ihr sagt, das müsst ihr mal trinken. Bei der Wand schon eine Stunde. Ne, wir sagen noch nicht, wir zeigen noch ein bisschen hier. Guck mal, wie schön. Guck mal. Wir sagen noch nicht, schau, wir gucken. Wir zeigen euch jetzt hier noch ein bisschen. Ich muss mal stehen bleiben, du verschwemmt das doch alles. Wir sehen uns, bis dann wieder. Ich hab nicht gesehen. Bis dann. 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 Bis dann.